Der Laboralltag für Mitarbeiter wird sich wandeln, allerdings ist es nicht so, dass Arbeitsplätze wegfallen. Man sieht in der Rückschau einen immer weiter, also einen ganz klaren Trend, immer stetig wachsendes Probenaufkommen. Labore sind generell sehr gut ausgelastet und nur um diesem Probenvolum überhaupt herzuwerden, braucht man neue Technologien. Allerdings werden sich die Arbeitsinhalte stark abwandeln. Heutzutage ist es so, ein Labormitarbeiter führt Prozesse aus. In unserer Vorstellung wird der Labormitarbeiter im Labor der Zukunft vor allen Dingen Geräte überwachen, kontrollieren, dass sie innerhalb ihrer Parameter arbeiten und natürlich im Fehlerfall in der Lage sein, Fehlerzustände zu bereinigen und Daten auf Authentizität und auf Korrektheit überprüfen.